liebe lego freunde hallo und herzlich willkommen zu diesem video wieder einmal ist ein monat vergangen das heißt wir schauen uns mal die lego store kalender an um zu gucken welche neuen geschenke es denn im februar 2021 geben wird dieses mal haben es die lego vertreter sogar geschafft das deutsche exemplar zeitgleich mit dem aus den usa online zu stellen allerdings haben wir hier wie schon bei den letzten ausgaben auch das problem dass im deutschen kalender nicht wirklich was zu sehen ist das heißt wir gucken wieder rüber in die usa und hier gilt natürlich zwar stehen jetzt hier die preise in us dollar drin und das ist auf englischer sprache allerdings wird es die aktion auch bei uns in deutschland geben und da die lego stores ja zur zeit geschlossen sind gilt das ganze auch im online shop fangen wir mit dem highlight direkt an vom ersten februar bis zum 14 februar gibt es nämlich das set 40 417 year of the ox ihr wisst ja in china beginnt gerade das neue jahr deswegen gibt es da ja auch bei lego eben das entsprechende tier set dieses jahr ist es eben der büffel den erhaltet ihr wie schon gesagt vom 1 bis zum 14 februar also in den ersten zwei februar wochen gratis dazu solltet ihr für 85 euro oder mehr im lego online shop einkaufen wie immer solange der vorrat reicht funktionen hat das set jetzt zwar nicht wirklich irgendwelche wir sehen hier allerdings auf der rückseite es gibt einige teile die wir bewegen können die ohren den schwanz den kopf und auch die arme so wie es aussieht außerdem befindet sich wohl im pappkarton das jetzt selbst eine kleine papiertüte in die ihr dann geld geschenke packen könnt und das set dann eben auch zu verschenken vorne drauf steht dann auch noch mal so ein ja so ein geschenk anhänger mit von für da könnt ihr dann eure namen und den namen des beschenkten drauf schreiben ebenfalls vom ersten bis zum 14 februar wird es dann das lego friends polybag 30 411 chocolate box and flower set geben hier müsst ihr für 40 euro einkaufen im lego online shop falls euch das jetzt bekannt vorkommt tatsächlich gab es das ganze auch letztes jahr schon im rahmen des valentinstages damals musstet ihr allerdings nur für 35 euro einkaufen hier gibt es also sozusagen eine preiserhöhung um fünf euro falls euch das set so sehr interessiert dass ihr es unbedingt haben wollt kein problem ihr müsst nicht unbedingt bei lego einkaufen das solltet ihr auch in der freien wildbahn für vier euro ungefähr finden und dann haben wir in der zweiten monatshälfte vom 15 bis zum 21 februar ein weiteres polybag nämlich von lego ninjago das ist die 30 539 loyts quad bike das erhaltet ihr leider nur bei lego ninjago einkäufen ab 40 euro dann ist jetzt ein bisschen schade dass es das nicht schon früher gab wo jetzt so viele leute auch die lego ninjago city gardens bestellt haben im märz wiederum wird dann ja die neue ninjago welle erscheinen wo es dann auch in den dschungel geht darauf basiert das ganze hier auch ihr seht schon die leute minifigur hat so verwirbelte haare da ja das ist also eindeutig von dieser dschungel reihe finde ich jetzt ein bisschen komisch dass so praktisch zwischen den beiden großen ereignissen einmal der veröffentlichung von den gardens und dann die neue setwelle im märz dass das da so dazwischen steht aber gut 40 euro lego ninjago sets dann bekommt ihr das vom 15 bis zum 21 februar gratis dazu wie ihr vielleicht mitbekommen habt ist es anders als in den letzten monaten im februar dieses mal nicht möglich an einem speziellen tag alle gwps zu bekommen wenn es euch also allein darum geht euren einkauf quer zu finanzieren empfehlen wir euch bereits anfang des monats einzukaufen dann bekommt ihr nämlich sowohl das year of the yorks set als auch das lego france pulley back dazu kauft ihr später ein eben nur das ninjago quad bike das klingt jetzt erstmal eigentlich für sammler die jetzt nicht unbedingt auf die chinesischen neujahrssets stehen ein bisschen unspannend sage ich mal allerdings haben wir gehört werden also unsere fühler ausgestreckt dass es wohl ab 16 februar für lego vips ein besonderes gwp zu einem besonderen set geben dürfte da werden wir euch dann später noch darüber informieren bleibt also gespannt was haltet ihr denn von diesen drei geschenken die wir im februar bekommen werden schreibt mir gerne eure meinung dazu unten als kommentar und das video wenn euch das video gefallen hat lasst mir gerne ein like und ein abo da um keine zukünftigen videos mehr zu verpassen schaut auch gern mal bei telegram und instagram vorbei das ist wie immer für euch unten in der video beschreibung verlinkt jetzt bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs zusehen und hoffe ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein bis dahin und tschüss bis zum nächsten mal wieder bis zum nächsten mal wieder